Hallo Internet und herzlich willkommen bei Betriebsrad TV. Die heutige Folge ist wiederum eine Anregung, die mir bei Facebook mitgeteilt worden ist. Und zwar Konzerninterne Versetzung. Arbeitgeber wollen ja immer schön flexibel sein. Und dazu gehört das auch, dass sie das immer gerne wollen, dass sie mal ganz schnell einen Mitarbeiter aus dem einen Unternehmen in das andere Unternehmen versetzen können, damit er da ein paar bestimmte Arbeiten erledigen kann, weil er dafür vielleicht so eine Art Experte ist. Als Betriebsräte können wir das nicht so einfach mitgehen. Wenn wir einen Konzern haben und ein Mitarbeiter wird von einem Unternehmen in das andere Unternehmen versetzt, dann ist das für das abgebende Unternehmen natürlich eine Versetzung. Das heißt, da muss der Betriebsrat angehört werden, ob die da ihre Zustimmung erteilen. Und wenn der Betriebsrat die Zustimmung nicht erteilt, der Arbeitgeber das aber möchte, dann muss er sich die Zustimmung über das Arbeitsgericht ersetzen lassen. Für das aufnehmende Unternehmen ist das eine Einstellung. Das bedeutet, dass auch dort der Betriebsrat angehört werden muss, ob sie dieser Einstellung, auch wenn sie nur zeitweise ist, zustimmen. Solche konzerninternen Versetzungen gibt es natürlich auch im Rahmen eines einzelnen Unternehmens. Es kann ja sein, dass ein Unternehmen unterschiedliche Betriebsstätten hat. Und wenn da gesagt wird, du arbeitest jetzt mal nicht in Hamburg, sondern in Berlin, dann gilt das auch dort, dass der Betriebsrat angehört werden muss. Unser Betriebsrat hatte immer die goldene Regel, jede Stelle, die besetzt werden soll, muss intern ausgeschrieben werden. Und da haben wir auch keine Ausnahmen gemacht, wenn der Arbeitgeber gesagt hätte, du, ich will da jetzt mal eine Mitarbeiter-Nummer für eine Woche dazu euch versetzen. Habt ihr was dagegen? Und dann haben wir gesagt, nee, da haben wir nichts dagegen. Aber die Stelle, die schreibst du vorher aus, bevor du uns hier irgendeinen Typen aus einem anderen Unternehmen hier reinsetzt. Da kommt der Arbeitgeber und sagt, wir sind doch alle nur ein Unternehmen. Jetzt habt dich doch nicht so Betriebsrat. Da kann man dann gleich mal antworten und sagen, ach, sind wir das? Gilt das denn auch für alle finanziellen Angelegenheiten? Das wusste ich ja noch gar nicht. Denn ergeben sich ja noch ganz neue finanzielle Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter. Da hört für den Arbeitgeber dann in der Regel das große gemeinsame Unternehmen sofort schnell wieder auf. Warum diese Korinthen-Kackerei? Es ist keine Korinthen-Kackerei. Es geht immer darum, als Betriebsrat das Heft des Handelns in der Hand zu halten und genau zu wissen, was hier eigentlich im Unternehmen passiert. Wenn der Arbeitgeber einfach mal so ganz kurz den Vorgesetzten von dem einen Unternehmen in das andere versetzt, ohne den Betriebsrat anzuhören, dann fehlen euch eventuell ganz wichtige Informationen, was hier der Arbeitgeber vielleicht noch in Zukunft vorhat. Ich kenne auch noch eine andere Variante. Als unser Betriebsrat mitbekommen hat, dass unser Betrieb abgesägt werden sollte, das heißt dicht gemacht, Da kam der Arbeitgeber auf die Idee, ach, der eine Typ hier, der kann seinen Job so doch ganz toll, der kann doch mal für zwei, drei Wochen in den anderen Betrieb gehen und denen beibringen, was der so macht. Das klingt ja so auf den ersten Blick gar nicht schlimm. Aber was steht dahinter? Der Kollege sollte seinen eigenen Ast absägen. Der sollte im Grunde seine Nachfolger schon mal einarbeiten an einem anderen Standort. Und ihr könnt als Betriebsräte doch nicht dem Arbeitgeber das Messer in die Hand geben, mit dem ihr euch dann später selber abmurkst. Also immer aufpassen bei konzerninternen Versetzungen. Lasst euch genau vom Arbeitgeber informieren, was er denn da eigentlich vorhat und warum. Und überlegt euch ganz genau, ob ihr dieser Versetzung oder Einstellung wirklich zustimmen wollt. Das war's für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.